komm schon zohne zeig dich muss nur mal hingehen nach Saberni oder? was meinst du? kommen wir ja die Babys wird ja drum sein oder wir gehen Radsack mags können wir auf jeden Fall länger looten haben wir die Nebelmap jetzt gespielt nicht den Regenbiss aber der hat's geheißen der kommt gar nicht so oft wird ja und und dann wir Okay. Okay. Doppelwäufige, da kann ich doch schon mal damit leben. SKS. Mini 14. Schon wieder. Im ersten Haus. Im ersten Häuschen, ja. Jetzt nehme ich aber nur eine mit. Ich brauche einen Rucksack. Oder soll ich die M16 mitnehmen? Wie du möchtest. Eigentlich scheißegal. Ich habe einen Rucksack. Ah, eine Zwei-Reste. Okay. Okay. Alter, ich habe komische Mini. Was ist das jetzt für ein Teil? Okay. Was für Ersetzer setzt die oder lasst du die liegen? Na, die ersetzt eigentlich eher so Richtung Snipergewehr. Oh. Wobei wir dabei sind. Absolut. Snipergewehr. Acht. Mach's gut. Ja, ich habe jetzt eine SKS und eine M16. Also lass es liegen, oder? Wenn er lässt, tust du die SKS austauschen dagegen. Außer du lässt. Also. Ja, ist das eigentlich scheißegal. Ich tausche jetzt zum Beispiel gegen ein Ding aus. M&P. Ne, SK&P. Das ist ein Mikro-Zinn. Ja, gar nicht. Hast du über die 3er Weste gefahren? Nice. Also ich habe jetzt SKS und AK. Ja. Ich habe heute zum ersten Mal wieder meine Heizung angedreht. Ja, das glaube ich. Sau kalt. Mein Freundin wollte gestern die Heizung nicht ordrehen. Aus Prinzip nicht. Da war ich Freista immer als Erster. Ja. Aber mir war es dann irgendwann so ungemütlich. Ich sagte, soll er 5 Euro geben, dann kann ich es auf 5 tragen und diese ganze Wochen lang. Weil sie sich beschwert hat, dass es auf 1 war. Na, auf 1 bringt es gar nichts. Ja. Oder dass ich es überhaupt nicht aufgetragen habe. So, drei Rucksack, drei Weste. Davon kann ich noch träumen. Ich bin eigentlich jetzt schon ganz gut ausgerüstet. Also. Ich brauche ja bloß ein Visier. Ditto. Zweier Helm, okay. Aber wenigstens noch mal alles auf Stufe 2. Jetzt müssen wir dann einmal schade, dass keiner kommt. Ja. Der dezimiert sich schon da ziemlich krass. Also ich bräuchte eine weitere Magazine für eine Charlie mäßig über 3er Weste für dich. Ding. Kalaschnikow. Was denn? 3er Weste, der erste? Ja. Blau. Soll ich eine AK mitnehmen oder die Mini? Soll ich schon eine AK mitnehmen? Ich brauche schon ein Sturmgewehr. Ja. Tja dann. Hast du eine MP? Leider nicht. Ja wisst ihr, bei mir ist eine UMP, da ist ein weiteres Magazin. Ich habe einen Schaldämpfer dazu. Die 3er Weste in dem Haus. Im gleichen Haus? Ja. Obwohl ich mir die wahrscheinlich. Ich schaue auf die Weisheit Voraussicht. Ich habe ja auch eine 3er Weste. Okay. Oh nein. Ich lege da dann noch... Also die UMP ist fast erstbart. Also wenn es ein Visier hast, dann ist es ausgebaut. Ja. Ich brauche ja ein bisschen 7,7,6 Muni. Ja, 7,6,2 meine. Ja. Hier liegen 90 Schuss, 7,6,2. Hier liegen nochmal 90 Schuss, 7,6,2. Ich bring dir wenigstens mit. Die ist ja auch gleich voll. Nimm jetzt die UMP nicht mit Nimm jetzt die AK Ja hoffentlich geht da dann Können wir das Haus rein UMP voll ausgebaut Dreier Weste Der wird sich freuen Kann man die Westen nicht zerstören? Wie warten das? Ich weiß es nicht Machen wir das mal ausprobieren Mit der schallgedämpften Ding drauf schießen Der schallgedämpften UMP Okay, ich hab jetzt auch AK Muni gefunden Ich hab 300 Schuss jetzt schon Anscheinend sind wir schon in der nächsten Zone Oh, Vierfachsucher Den nehm ich doch gerne mit Das brauchte ich ja noch Brauchst du die Fünfer? Munition noch Wie viel hab ich davon? Ne, ich hab 90 Schuss Ja, noch ein Schalter für UMP Wahnsinn Ja, noch ein Schalter für UMP Okay, sind die alle in der neuen Zone? Ja. Kommst du mal zu mir hoch, oder? Ich komm mal rüber, ja, ich bin's beim letzten Haus. Oh Gott, was da an Waffen rumliegt, das ist schon traurig. Jetzt schon mal hier, der in dem Haus, oder? Boah, soll ich die M16 mitnehmen? Das wäre eigentlich nicht schlecht, ich glaube ich nehme die M16 mitnehmen und lasse ich dir alles an der Karte, was du brauchst. Einfach mal 300 Schuss. Dafür brauche ich jetzt noch alles, Griff und... Da oben liegt nur ein M4, Alter, das haltst du raus und er erweitert das Magazin. Oh Gott. Was ist in dem Haus, Mann? Was da los? 2er, Weste, Energy, also wenn du das Haus am Anfang reinläufst, hast du schon fast alles. Mit dem Checkpoint. Jetzt habe ich 270 Schuss, einfach Ding aufgehoben. Ich habe ja gerade noch einen Griff, ich habe alles drüben liegen lassen. 2er,5 hast du schon, oder? Ja, Griff filmen wir schon. Wenn du noch ein Ding, viel das gehabt noch findest, nicht geil. Hast du das da unten schon? Nee. Oh mein, er ist der erste Hilfe Koffer. Ja, da kann er da was abgeben. Wie kann ich die Energy abgeben? Ich habe 8 Stück. Brauchst du ein erweiteres Magazin? Nee, das ist das einzigste, was ich habe. Nein, ich meine für die AR. Du hast ja einen Sniper, oder? Den Sniper brauche ich noch, ja. Ja, dann nehme ich dir das mal. Hast du nicht vorhin einen 8er Scope gefunden? Ja. Ja. Und der 4er. Ja, da liegt eine Tommy Gun. Kannst du mir da keins abgeben? Ja, kann ich schon machen. Kriegst du das 8er. Ja. Alter, ich habe jetzt einen 3er Heim gefunden. Ich bin komplett equipped. 2er Heim. 3er Heim. 3er Heim. Da liegt noch der Koffer. Kannst du es haben? Ja, jetzt habe ich auch schon drei Stück. das ist eigentlich alles weg die man da mal kurz rein das haus hast du da vor uns ja es kostet zwar so haben wir ja die tommy kann ja ich habe die tommy gar nicht oh yes das fällt mir bloß noch ein bisschen windungsdämpfe jetzt schlägt die bombe ein Mit der Mini ausgenockt, zack. Okay, die nächste Zone ist auf unserer Seite. Da ist mein Teil in Rotzauk noch drin. Ich habe keinen Feind gesehen, in der ganzen Runde. Ich habe schon 60 draufgegangen. Hast du noch einen Griff? Immer noch, ja. Torbahn. Das sieht gut aus. Liegt's. Ah ja. Jetzt brauche ich noch hinten das Stück und vorne den Aufsatz. Jetzt habe ich alles schon gehabt. Ich habe es dann wieder wegschmissen, weil ich gedacht habe, jetzt nehme ich die AK mit. Also gerade leckt es echt widerlich bei mir. Ja. Wir laufen noch nicht ganz rund, die Server. Sollen wir da oben hoch? Oder bleiben wir bei dem Haas? Können gerne da rauf gehen, ja. Hast du das gelootert? Oder sind wir da komplett vorbei gefahren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oben jetzt war. Irgendwo hier oben war ich, denke ich. Da sind die Türen off. Ja, da war ich. Ja, doch. Das passt. Ah, ah. Äh, Wasserturm. Wasserturm? Wo ist der? Ähm, 195. Max. Also nicht beim Wasserturm, sondern direkt bei 195. Der Liegen zu zweit. Wenn du kannst, dann sag Bescheid. Ich habe es im Visier. Ja, warte, ich gehe nach oben. Ich muss erst mal sehen, finden. Ach, da oben. Ja. Okay. Ja. Linker. Feuer. Ja, passt. Nice. Schön. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, Alter. Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt, so wie wir die geschaut haben. Weißt du zwar. Ah, da liegt ja noch ein taktisches Lager. Und Mündungsfeierdämpfer auf einmal. Ja, wunderbar. So ist die M16 voll. Die wären fein noch in der Ding drinnen. Aber die brauchen wir eigentlich nicht. Die brauchen sie ja nicht. Ich bin ja Rand voll. Ja, ich bräuchte eigentlich bloß mein Ding. Wollen wir am Fluss entlang? Ja, da kommt ein Auto irgendwo. Ich habe uns gehört, also ich weiß nicht wo. Oh, ich höre fast nichts mit dem scheiß Weg. Ich bin ja noch ein paar Leute. Die Mini haben ein Haufen Leute. Ja, ist ja bloß der Hype. Ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt schlecht. Schlechtere SKS. Das werden wir wahrscheinlich mit Schwimmen nicht ganz schaffen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt so etwas links drin drüben ist. Gute Frage. Da, wo wir jetzt nicht waren, da waren gerade Schüsse, gell? Das ist ein Motorrad, aber ich glaube, das gehört da so hin. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich packe mich da mal hoch. Da läuft aber irgendwo ein Auto bei mir. Mich nimmt Klausen. Von oben. Wo? Ja, er ist Norden. 30 Grad. Auf der anderen Seite. Wir müssen in die Zone rein und dann könnten wir sie fighten. Ja. Wenn wir nach oben gehen. Die laufen da auf 30 Grad. Erstmal schnell heilen. Am Baum, 30 Grad. Ja. Der einer läuft noch. Auf dem Weg. Hat Hits. Also der ist ausgenockt. Der auf 30 Grad ist hinter dem Baum. Ich denke, der kann seinem Kumpaner nicht mehr helfen. Herzlichen. Und ein Hits reingerückt. Ich laufe mal ein wenig nach links. Vielleicht kann ich mal nach rechts. Pass auf, lass dich nicht töten. Ja. Ich bin nämlich zu weit weg von dir. Ah, fuck that. Mein kompletten Heim weggeschossen. Kill. Heim schuss. Wollen wir gleich, naja, wollen wir gleich so pushen? Naja. Er hat noch einen Smoke geschmissen. Er wollte noch. Ich bräuchte eigentlich einen anderen Halm. Ich hole mir noch schon einen. Ja. Hat er noch einen kappt, oder habe ich einen runtergeknallt? Na ja, ein bisserl was noch. Sieben Sekunden bis am Rand. Energy rein. Ich weiß auch gar nicht, wo es von links kommt, Max. Sag ich auch nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wie wir hier sind. Schaut eigentlich ganz gut aus. Wenn wir jetzt aber einen Glück haben in der Zone, dann könnte es mir gut runter werden. Ja. Das ist direkt die Siedlung. Oder wir laufen nach rechts zum Ball. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, rechts, neben uns, neben uns. Neben uns, direkt. Gut gemacht, Alter. Und der andere auch. Der andere ist auch rechts. Zwei Kills. Ja, da hinten. Nee, da hinten ist er. Gut gemacht. Hast du ihn? Du hast ihn getötet, oder? Ja, keine Ahnung, der ist umgefallen. Boah, hab ich jetzt nicht gesehen, Alter. Gut, dass du das gesagt hast. Ich war gerade noch zu sagen, da kommt es bestimmt rechts an herum. Ich brauche auf jeden Fall einen anderen Helm, Mann. Sucher haben sie noch. Na, der hat einen kaputten Dreierhelm, aber das ist besser wie kein Helm. Na, ich habe einen Zweier hier. Hat der andere noch eine gute Westintakte? Nein, gar keiner mehr. Komplett zerschossen. Ja, okay, dann... Wir müssen, Max, wir müssen. Ja. Holt wir mir ja schnell noch Energy rein und dann gehen wir. Abhängig von rechts auf, passen. Interessante. Ja, ja, ja. Unten an der Straße. Wir sind noch nicht in der Zone. Achtung, die ist direkt hinter uns. Der ist dann rechts zu uns, gell. Der kommt jetzt bestimmt in die Zone rein. Ja, wir sind in der nächsten Zone. Mal wenn Glück. Ja. In uns dürfte keiner mehr sein. Max, du musst von rechts abschauen. Ich schaue von links ein bisschen. Häusern sind doch bestimmt auch hier dran, oder? Ja. Ja, freilich. Die müssen jetzt raus. Wir bleiben jetzt einfach mal, und solange wir keinen direkt erschießen müssen. Rechts auf jeden Fall. Ja. Steu gedämpft. Im Haus ist auch einer drinnen, Serie. Oberestockberg. Aber die müssen rein. Wir sind noch nicht so weit auseinander. Hast du geschossen, ey? Nee. Okay, ich sehe ihn rechts. Ja, schieße aber nicht. Der wurde auch gerade getötet, glaube ich. Von den Häusern her. Ja, von den Häusern her. Komma, Schüsse. Ja, ich sehe zwei unten bei den Häusern. Ja, lass sie falten. Drei Stück, drei Stück. Achtung, es kommt einer auf dich zu. Recht unter uns. Hit. Hit. Gut. Ordentlich getroffen. Keine Ahnung, wo ist der Arne? Hinter den Mauern, glaube ich, noch. Ja, hinter die Mauern, hinter die Mauern. Hinter dem linken Haus, hinter der Mauer, ist er. Einer zumindest. Wo ist der andere? Ich stelle, weil das Ding jetzt aufsteht. Vielleicht noch ein einzelner. Einer hinter der Mauer, links auf jeden Fall. Vielleicht sind es auch zwei. Bin mir nicht sicher. Ich würde vor einem ausgehen. Smiley, Smiley. Da bist du dann zwei, oder? Na, ich weiß es nicht. Wir müssen auf den zu. Ja, das sind zwei. Das sind zwei, Max. Ja. Einen habe ich. Ja. Achtung, ich näht mir alles. Der ist direkt auf 60 Grad hinter dem Hügel, Max. Wir sind zu zweit wieder, oder? Nee. Doch. Geil, Max. Danke. Cut.